Viele in HAWAG kleinere Unternehmen hadern mit dem Thema Unternehmensstrategie. Auf der einen Seite wissen sie, wie wichtig dieses Thema ist, auf der anderen Seite ist es aber so furchtbar abstrakt und mündet oft nur in PowerPoint-Blabla und wenig griffigen Folien-Sätzen. Und deshalb möchte ich in diesem Video das Thema aufgreifen. Unternehmensstrategie einfach erklärt. Gemeinsam mit der elfjährigen Sonja. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Wie würde ich den Begriff Unternehmensstrategie einem Kind erklären? Ich halte sie jetzt nicht für ein Kind, aber an dem Beispiel eines Lego-Schlosses wird unmittelbar klarer, worum es sich bei der Unternehmensstrategie eigentlich handelt. Daher habe ich dieses Video als ein fiktives Gespräch mit der elfjährigen Sonja aufgebaut. Sonja will alles über Unternehmensstrategie wissen und ihre erste Frage ist, was ist die Unternehmensstrategie überhaupt? Hallo Sonja, stell dir vor, du baust ein Lego-Schloss. Bevor du anfängst, überlegst du dir, welche Steine du brauchst, wie das Schloss am Ende aussehen soll und welche Schritte du unternehmen musst, um es so zu bauen. Du planst auch, was du tun würdest, falls Teile fehlen oder etwas nicht so passt, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Eine Unternehmensstrategie ist also ein großer Plan, den ein Unternehmen macht, um seine Ziele zu erreichen. Ähnlich wie dein Plan, eben das Lego-Schloss zu bauen. Es beantwortet Fragen wie, was wollen wir erreichen, wie kommen wir dorthin, welche Ressourcen, wie Geld, Mitarbeiter oder Material brauchen wir und wie gehen wir mit Problemen um. Das Unternehmen überlegt sich auch, wie es sich von anderen Unternehmen unterscheiden kann, zum Beispiel durch bessere Produkte, coolere Werbung oder indem es einfach schneller liefert. Es ist wie bei einem großen Lego-Wettbewerb, wo du dir überlegen musst, wie dein Schloss das beste, größte oder kreativste sein kann. Zusammengefasst hilft die Unternehmensstrategie, allen im Unternehmen zu verstehen, was das Ziel ist, wie sie dieses Ziel erreichen können oder wie jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Es ist also wie ein Spielplan oder ein Lego-Bauplan oder eine Schatzkarte, die dem Unternehmen hilft, erfolgreich zu sein und seine Träume zu verwirklichen. Ihre zweite Frage an mich. Axel, was sind die zentralen Bausteine einer Unternehmensstrategie? Was brauche ich dafür alles? Sonja, stellen wir uns vor, dein Lego-Schloss ist jetzt ein richtiges Unternehmen. Für eine stimmige Unternehmensstrategie gibt es ein paar wichtige Bausteine, die zusammenpassen müssen, damit alles gut funktioniert und ineinander greift. Der erste Baustein ist die Mission, also deine Schlossgrundregel. Die Mission sagt uns, warum dein Schloss oder eben dein Unternehmen überhaupt existiert. Es ist wie eine Grundregel, die erklärt, was du mit deinem Schloss erreichen möchtest. Zum Beispiel, mein Schloss soll das sicherste Ort für alle meine Lego-Figuren sein, damit sie von den schwarzen Rittern nicht mehr überfallen werden. Und wenn dich interessiert, wie man eine gute Mission formuliert, dann schau dir doch mal dieses Video an, da wird es ganz genau mit erklärt, wie man eine gute Vision für ein Unternehmen formulieren kann. Der zweite Baustein ist die Vision. Das ist dein Traumschloss. Die Vision ist dein großer Traum für die Zukunft. Also wo willst du mit deinem Schloss in ein paar Jahren stehen? Vielleicht träumst du davon, das größte und schönste Schloss im ganzen Land zu haben, wo alle Lego-Figuren gerne hinzuhigen möchten. Oder damit sie einen sicheren Schutz vor den schwarzen Rittern bietet, weil sie es eben die dicksten und höchsten Mauern haben. Bei der Vision geht es darum, ein großes Ziel für die Zukunft festzulegen, was sich verändern wird, wenn du eine tolle Arbeit geleistet hast. Und auch für die Vision, in die du es gut in Worte fassen kannst, habe ich hier dazu ein Video erstellt. Schau es dir doch mal an, weil du es genau wissen willst, wie man das eben macht. Der dritte Baustein sind strategische Ziele, also deine Schlosspläne. Hier legst du fest, was du in den nächsten Monaten oder Jahren erreichen möchtest. Vielleicht müsstest du eine neue Mauer bauen oder eine dickere Mauer bauen oder einen hohen Turm bauen oder einen Garten für dein Lego-Schloss anlegen. Und diese Ziele sollen dir eben helfen, deine Vision, das größte und schönste Schloss zu bauen, Schritt für Schritt näher zu kommen. Und wie man diese Ziele festlegt und wie man auch auf ganz viele Schultern und Helfer aufteilen kann und den Fortschritt, ob man seine Ziele auch näher kommt, genau im Blick behält, das kannst du dir in diesem Video angucken. Da habe ich dir nochmal genauer aufgeschrieben auch, wie man eben Ziele festlegt und durchkaskadiert bis auf Mitarbeiter-Ebene. Der vierte Baustein sind strategische Initiativen, also deine Schlussprojekte. Das sind die speziellen Projekte oder Aktionen, die du eben startest, um deine Ziele zu erreichen. Wenn eins deiner Ziele zum Beispiel ist, den Garten anzulegen, könnte eine Initiative sein, Bäume und Blumen zu pflanzen. Der fünfte Baustein deiner Strategie sind Maßnahmen und Kennzahlen. Dein Schlossfortschrittsmesser. Damit kannst du dann überprüfen, ob du deinen Zielen näher kommst. Es ist, als würdest du zählen, wie viele neue Mauern du gebaut hast und wie viele Lego-Figuren jetzt in deinem Schloss wohnen können. Der sechste Baustein sind die Werte- und Führungsprinzipien, also deine Schlossregeln. Werte sind wie die Prinzipien oder Regeln, nach denen du und deine Lego-Figuren eben in deinem Schloss leben wollen. Sie zeigen, was dir wichtig ist, wie Freundlichkeit, Ehrlichkeit oder eben Teamarbeit. Ob es dabei einen König oder eine Königin gibt, die nur Befehle an die anderen Figuren erteilt oder ob sich alle an einen runden Tisch setzen, so wie bei der Tafelrunde von König Arthus und darüber nachdenken, wie man ein bestimmtes Problem und eine bestimmte Aufgabe am besten erledigt, ist eben genau Teil von diesen Werten und Führungsprinzipien. Der siebte Baustein in der Unternehmensstrategie sind deine Speer. Deine Speer beobachten die Umwelt und andere Lego-Schlösser. Du hast spezielle Mitarbeiter dafür oder auch Figuren, die sich ansehen, wie sich die Schlösser deiner Nachbarn entwickeln. Nutzen die vielleicht schon bestimmte Bautechniken, damit das Schloss besonders schön wird? Oder haben die vielleicht sogar den Rambock, mit dem sie deinen Schloss kaputt machen könnten? Oder sind Schlösser vielleicht gar nicht mehr gefragt, sondern man baut jetzt vielleicht eine Unterwasserstadt? Das macht man in einem Unternehmen auch. Und das nennt man sich dann oft SWOT-Analyse, Verstärken und Schwächen, Chancen und Risiken. Und all diese Bausteine zusammen bilden die Unternehmensstrategie. Sie helfen allen im Unternehmen oder in deinem Fall eben, die am Schloss mitbauen, zu wissen, was sie tun sollen, warum sie es tun und wie sie überprüfen können, ob sie dabei erfolgreich sind. Es ist ein großer Plan, der sicherstellt, ob alle zusammenarbeiten, um das Schloss oder das Unternehmen eben zum besten Ort zu machen, so wie du dir das in deiner Vision vorgestellt hast. Sie merken, dieses Video war jetzt ein bisschen anders als meine sonstigen Videos. Das war halt nicht weniger ernsthaft und deswegen auch genauso seriös im Inhalt. Aber wie fanden sie es, diese Art von Video mit dem fiktiven Gespräch mit der 11-jährigen Sonja? Schreiben Sie mir dazu gerne mal Ihre Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.